Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin jede gelassene Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum zweiten Teil der Videosequenz über Schutzimpfungen für Anfänger. Ich möchte in diesem Video eingehen auf lebend-tot-Impfstoffe, auf passiv-aktiv-Impfungen und ich möchte die Wirkungen, das Wirkprinzip von Impfungen erklären sowie darauf eingehen, warum wir bei Babys so früh mit den Impfungen starten. Dafür gibt es ja einen Grund. Zunächst Totimpfstoffe. Das ist der Hauptteil der Impfstoffe, die wir benutzen. Totimpfstoffe bedeutet nichts anderes, als dass das Material, aus dem dieser Impfstoff besteht, tot ist, also keine echten Bakterien oder Viren enthält, sondern nur die Hülle, die aus Eiweißen besteht. Eiweißmoleküle, die machen die Eigenschaft eines Bakteriums aus, die unser Immunsystem erkennt. Wir reagieren also auf das Äußere von einem Bakterium und einem Virus, wenn wir mit unserem Immunsystem aktiv werden. Ein Totimpfstoff enthält also keinen Inhalt, sondern nur die Hülle von einem Bakterium. Im Gegensatz zum lebend-Impfstoff, der lebend-Impfstoff besteht aus einem Erreger, aus einem Virus oder aus einem Bakterium, dem man zwar die krankmachende Eigenschaft weitgehend abgenommen, weggenommen, abgeschwächt hat, welcher aber dennoch noch die Fähigkeit hat, entsprechend sich zu vermehren und zu leben. Manche Impfstoffe lassen sich nur auf diese Weise herstellen, sodass eine Immunantwort des Immunsystems, was ja bei der Impfung erwünscht wird, entsteht. Also lebend-Impfstoff. Beim Totimpfstoff ist es so, dass das Immunsystem sofort erkennt, dass das etwas ist, auf was es reagieren muss. Und zwar die Hülle eines Bakteriums oder eines Virus, auf das hin der Körper sofort beginnt, Antikörper zu bilden bzw. sein Immunsystem zu aktivieren. Bei einem Totimpfstoff muss man deshalb damit rechnen, dass innerhalb der nächsten Stunden bis etwa 72 Stunden, also drei Tage nach der Impfung, eine Reaktion bemerkbar wird. Welche Reaktion? Das sage ich nachher. Bei einem lebend-Impfstoff ist es so, dass dieser lebend-Impfstoff, nachdem er in den Körper eingebracht wurde, sich zunächst vermehrt. Ab einer bestimmten Menge dieses Impfstoffs nach der Vermehrung erst reagiert dann das Immunsystem darauf. Das ist der Grund, warum zum Beispiel nach einer Masern-Impfung, in der Regel wird es als Kombination mit Mumps und Röteln, meistens auch mit Windpocken zusammengegeben, dass der Körper auf eine Masern-Impfung erst etwa eine Woche später merkbar reagiert. Eine Woche braucht der Impfstoff, bis es sich vermehrt und dann weiß das Immunsystem, was zu tun ist. Also bei einem lebend-Impfstoff verzögerte Impfreaktionen. Man muss daran denken, dass man ein plötzlich fieberndes Kind entsprechend einordnen kann. Diese Antikörper, die gebildet werden, das ist das, was unser Immunsystem ausmacht, verbleiben in der Regel über lange Zeit, manchmal über fünf, manchmal über zehn Jahre, manchmal sogar lebenslang in unserem Körper. Das sind die sogenannten Immunzellen oder auch spezifischen Antikörper genannt. Bei einem Wunstarkrampf-Impfstoff zum Beispiel führt dieser Impfstoff zu einem Schutz nach einer Grundimmunisierung von etwa zehn Jahren. Das heißt, nach zehn Jahren spätestens muss man diese Impfung wieder auffrischen, weil die Schutzwirkung fraglich wird. Bei einem lebend-Impfstoff, wie zum Beispiel beim Masern-Impfstoff, wissen wir, dass wenn dieser Impfstoff zweimal gegeben wird, eine lebenslange Immunität sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, Impfstoffe sind unterschiedlich immunogen, so nennen wir das. Was wichtig ist, ist, dass diese Reaktion des Immunsystems auf einen Impfstoff gleichwertig ist, wie die Reaktion auf die Infektion selbst. Also, eine Wunstarkrampf-Infektion führt auch zu einer Antikörperbildung. Allerdings ist meistens die Infektion schneller als das Immunsystem und deshalb ist diese Erkrankung am Wunstarkrampf meist eine tödliche Erkrankung, weil das Immunsystem nicht schnell genug darauf reagieren kann. Die Impfung führt zu einer Bildung von Antikörpern ohne die Gefahr einer Infektion und die Antikörper, die daraufhin gebildet werden, schützen bei einer echten Infektion mit dem Wunstarkrampferreger dann entsprechend gut. In einem passiven Impfschutz sind diese Antikörper schon drin. Das heißt, der Körper braucht aktiv nichts selber tun, er kann passiv bleiben, weil von außen die passenden Antikörper in den Körper gegeben werden. Als Beispiel für eine sogenannte Passivimpfung ist die Gabe von Wunstarkrampf-Immunglobulin, also Tetanus-Passivimpfung, wenn man eine Verletzung hat, bei der eine Wunstarkrampf-Infektion droht und wo klar ist, dass kein ausreichender Tetanusschutz da ist. Einem solchen Menschen wird eine Spritze gegeben mit einem passiven Tetanus-Impfstoff. Das bedeutet, er bekommt die schützenden Antikörper direkt ins Blut gespritzt. Die haben nur eine begrenzte Lebensdauer, aber sie schützen sicher vor einer Infektion. Warum nun werden Kinder so früh geimpft? Sprich, ab dem dritten Lebensmonat gelten die Empfehlungen für die ersten Mehrfachimpfungen. Der Grund ist der, das Leben hält nun mal diese Infektionen bereit. In unserer Umgebung, in der Umwelt sind diese Krankheiten vorhanden. Wenn wir wollen, dass wir geschützt sind, brauchen wir einen Immunschutz. Und um den zu bekommen, braucht es zunächst eine Grundimmunisierung. Eine Grundimmunisierung besteht in der Regel aus mehreren Impfungen. In der Regel drei, manchmal vier Impfungen in einem bestimmten Abstand. Und erst nach einer gewissen Anzahl von Impfungen, nach einer gewissen Zeit, ist ein sicherer Impfschutz vorhanden. Das ist der Grund dafür, dass man bei Babys früh anfängt. Denn wenn sie in dem Alter sind, in dem sie entsprechend aktiv und mobil sind, dann haben sie ein deutlich erhöhtes Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen. Jetzt hört man oft das Argument, dass Kinder doch noch so klein seien und das Immunsystem noch so unreif und die Nerven auch und so weiter. Ein Baby wird in eine Welt hineingeboren, in der von der Minute der Geburt an Keime, Krankheitserreger und Unbill auf das Baby einwirken. Wenn es nicht die Kraft hätte, damit umzugehen, wäre es nicht lebensfähig. Das ist der Grund, warum man Kinder nach zwei Monaten problemlos impfen kann. Sie sind in der Lage, mit einem Impfstoff genauso wie mit einer Krankheit umzugehen. Mit dem Unterschied, dass ein Impfstoff eine harmlose Immunreaktion auslöst, die Erkrankung zwar auch, aber immer mit dem Risiko, dass die Erkrankung selbst das Kind zu Schaden bringt. Da Impfungen eine Reaktion des Immunsystems bewirken, ja bewirken sollen, müssen wir auch damit rechnen, dass wir diese Wirkungen merken. Wir selbst, aber auch die Babys, wenn sie Impfungen bekommen. Das heißt, nach einer Impfung muss unser Immunsystem arbeiten. Arbeiten kann schmerzhaft sein, kann anstrengend sein. Sprich, ein Baby kann nach einer Impfung müde wirken, viel mehr schlafen als sonst. Es kann quengelig sein, es kann unruhig sein und wir haben das Gefühl, dass es Schmerzen hat. All das ist möglich. Es kann Fieber entwickeln. Das Immunsystem fiebert gerne, wenn es reagiert, weil bestimmte Reaktionen dann leichter ablaufen können. Also nach einer Impfung muss man immer damit rechnen, dass ein Kind anders reagiert wie sonst. Die häufigsten Nebenwirkungen bei Impfungen betreffen die lokalen Reaktionen. Das können sein Schmerz, Rötung, Schwellung. In der Regel sind das nur kurzfristige Erscheinungen, die symptomatisch behandelt werden können. Zum Beispiel mit Kälte, dass man einen kalten Waschlappen oder einen Coolpack für eine gewisse Zeit drauflegt. Damit muss man rechnen. Das ist, so sage ich das immer, der Preis dafür, dass man Erkrankungen nicht bekommt, die auch mal tödlich enden können. So, jetzt habe ich versucht, in Kürze die wichtigsten Punkte über Impfungen, über ihre Wirkungen, Ihnen darzulegen. Im nächsten, im dritten Video geht es darum, was sind die Hauptgründe von kritischen Eltern, die Impfungen ablehnen, beziehungsweise was sind die Hauptprobleme, die Eltern mit Impfungen haben. Schutzimpfungen. Ich weiß, dass viele von Ihnen auf ein Video von mir über dieses Thema gewartet haben. Ich werde in mehreren Videos mich diesem Thema widmen. In dem jetzigen geht es mir darum, einen Überblick zu schaffen. Impfen für Anfänger, Kranke im Kindergarten oder ich möchte fast gar sagen, der kranke Kindergarten. Sie werden gleich verstehen, was ich damit sagen will. Zunächst, es ist toll, dass wir Kindergärten haben und Kindertagesstätten, wo wir Kinder unterbringen können. Und vor allem, wenn sie darin Spaß haben, ist es natürlich das Allerbeste. Aber manchmal ist der Kindergarten auch notwendig für die Eltern oder für die alleinerziehenden Eltern, die nur auf diese Weise in der Tage sind, einen Beruf ausüben zu können und Geld zu verdienen. Untertitelung. Untertitelung. Vielen Dank.